Videobeschreibung Als ich letztes Mal hier war, da hat das noch alles gestanden, alles zugehuchert. Als ich jetzt mal hingekommen bin, die haben hier alles weggerumpft. Die haben hier alles weggerumpft. Wenn die Gründe noch immer. Das ist ein Schallspurt, die auf den Kühlen sind. Ich gehe mal davon aus, dass die damit geschnitten haben. Die haben aber auch alles weggeschnitten. Denn das war alle nicht letzte Woche, wo ich hier war. Auch hier diese grünen Markierungen. Wieder alles neu. Ja, die waren aber nur auf der Seite. Denn hier, hier siehst du ja, hier stehen die ganzen Sträucher noch. Da ist noch alles zu. Brauchst du noch verarbeiten, du? Ja, da ist er ja angeschlossen. Da ist er ja angeschlossen. Ja, ich weiß noch, dass ich da was da angesagt habe. Ich wollte auf jeden Fall. Ich bin nicht froh. Ich bin nicht froh. Musik Ja, Gott. So, da sind wir. Gabel, alles durch ist nicht. Vielleicht mal hier runtergucken. Ich glaube, den Gitterhosten würde ich ihn hier weg holen. Ich glaube, den Gitterhosten ist. 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 Das ist auch fast mit den Dornenliga, ne? Ich glaube, den Gitterhosten ist. Das haben die irgendwann neu gemacht. So, wir wollen mal gucken. Schauen wir mal. So. Test. Wunderbar. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020